Und Halli Hallöchen Willkommen zu Mist Survival Staffel 1 Folge 5 Bevor ihr wundert warum ich hier stehe, gerade begann in der Aufnahme den Mist. In meiner Ansage sagte ich mir, das tue ich mal an und warte kurz ab. So hier liegt auch einer, das tappet aber noch. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich hier reingehe und in den Ölfeuer, aber ich wunderte warum ich nie auf Kommentare eingehe, ich habe sie leider vorproziert die Folge weil ich noch weg muss. Und daher werde ich erst später auf die Kommentare reagieren, wenn ich hier da bin. So und los. Na mein Freund. Hatte schon einen guten Flug. Ehm, da ist der. Oh kallend. Oh kallend. Hier ist der. Hier ist der glüch. Oh, ich will dir nicht gehen. Oh kallend, das sind natürlich nicht. Oh kallend. Oh kallend. Oh, ne Katafel. Weil ich nämlich so viel Katafel. Okay, das nehme ich mit. Ich hätte einfach mal abschicken sollen, ob hier nix mehr ist. Aber egal. Nur hier ist ne Fun. Der Riegel ist egal. Okay, ich muss nochmal rausgehen. Okay, dann... Okay, dann... Ähm... Ich hoffe, dass kein Palik hier rumläuft. Ja, mir ist es laut. Einmal in einer Ecke. Den Paliken. Einmal in einer Ecke. Den Paliken. Das ist. Mehr ging es mal. Ja, das ist der Turi da. Ja, das ist der Turi. Dann haben wir noch jemanden mit. Ja, das ist der Turi. Ja, das ist der Turi. Ja, das ist der Turi. Da sieht doch eine Filter hier. Ich kann schnell raus hier. So. Man kann da einfach was essen, das andere kann ich da hinten noch nicht machen. Weil da hinten das Farmgebäude ist auch noch, die Giftgasse und noch mit diesem extra Monster. Oh, Bruder. 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 Bruder. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Okay, dann. So, ich stehe jetzt ins Haus, früh schlafe ich die Sinn-Nacht hier und dann. So, ich stehe jetzt. So, ich stehe jetzt mal oben an. So, ich stehe jetzt mal oben an. So, ich stehe jetzt mal oben an. So, ich stehe jetzt. So, ich stehe jetzt mal. So, ich stehe jetzt mal oben an. Mal ein Filter. So, ich stehe jetzt mal oben an. 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 So, ich stehe jetzt mal an. So, ich stehe jetzt mal an. So, ich stehe jetzt mal an. So, ich stehe experiments. So, ich stehe jetzt mal. So, ich stehe jetzt mal. So, jetzt kann er direkt einmal Angriff ausprobieren. Okay. Ah, warte. Ich guck mal eben durch. Ach man. So, glaube ich. Ja, da ist er wieder. So. Weiß ich gar nicht, schwarzwitter, sorry. Ich habe gerade eine Tasse gerade gedrückt und dabei habe ich gerade... So. Jetzt ist es so schön. ich Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das kann ich nur wegmachen, wenn ich, ähm, ja, sag schnell. Das war's für heute. 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 Ich baue hier nochmal zwei Schränke ein. Das war's für heute. 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 Da ist der Arm. schon ein bisschen komisch, bin ich froh wenn ich wieder weg bin hier guck ich mal noch ein paar minuten, so ich kann nach der Bauarbeit jetzt gehen, warte und hab eigentlich meine jeans an so, das war ja nicht so komisch ohne Hüschen laufen na, wo ist denn das Gewehr jetzt, da erst essen, dann trinken immer, erst essen, dann trinken so, dann ist das hier schon wieder hier ist nur ein Kratz ok, dann möchte ich jetzt endlich hier weg gehen so, aber wie ich hier weg gehe, seht ihr in der nächste Folge, ich hoffe euch hat es soweit gefallen lasst gerne Bewertungen da und schreibt gerne in die Kommis ich werde sie euch später alle beantworten ich sage tschau, bis nächstes mal mal a la Q2